Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und schau euch wieder für euch in Battlefest.net und zwar würde ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und das ist die, ja, kleine Serie, wo ich euch quasi zeigen möchte, wofür ich mein Gold ausgebe, beziehungsweise ab und an auch mein Echtgeld waste. Und, ja, was habe ich mir diesmal angeschafft? Einen netten Hahn habe ich mir gekauft und zwar das Magic Rooster Egg und, ja, da bin ich sehr, sehr froh, erstmal, weil es ein ziemlich einzigartiges Model ist und es ist das letzte TCG Mount, was mir jetzt insgesamt hier noch gefehlt hat. Das war jetzt eine lange, 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 lange Reise von, ich glaube, das erste Kartenspiel Mount hatte ich mir gekauft zu Kataklysm und ich wollte immer irgendwann mal alle komplett haben. Und, ja, jetzt ist es endlich soweit, alle TCG Mounts haben wir eingetweetet. Das letzte hier, das Magic Rooster Egg, hat mich jetzt 19 Millionen Gold gekostet, war jetzt ein handelsüblicher Preis, also heißt kein ultimativer Schnapper, aber auch nicht extrem teuer. Ja, liegt, denke ich mal, so im Mittelfeld von den TCG-Preisen für dieses Mount. Ja, an TCG Mount an sich ist es relativ teuer. Teurer ist eigentlich nur noch der Spektaltiger, also der blaue, beziehungsweise der epische, da gibt es ja zwei. Und, ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein, was wir alles an TCG Mounts haben und können uns dann mal alle nacheinander angucken. Und zwar gehen wir jetzt hier mal an das Sammelkartenspiel rein. Ihr seht, da haben wir alle TCG Mounts einmal aufgelistet. Und wenn wir jetzt mal reingucken, haben wir hier den schnellen Spektaltiger. Das ist quasi der epische. Dann haben wir einmal den Drachenfalken der Armani. Dann haben wir den flammenden Hypogreifen. Dann haben wir einmal geisterhaftes Ross. Dann den großen Kampfbären. Dann das von mir neust erworbene Mount, das Magic Rooster Egg, also der magische Hahn. Dann haben wir die Reitschildkröte. Ich glaube, die kann man mittlerweile auch in der Garnision angeln. Dann haben wir den scheckigen Drachen. Dann haben wir einmal den Strandschreiter. Dann den Spektaltiger in der blauen Version. Ihr seht, hier unten bei den Füßen hat er hier diesen Panzerung nicht. Das war eigentlich tatsächlich der komplette Unterschied. Übrigens, diese Mounts sind extrem raufgegangen. Der blaue Spektaltiger liegt im Moment bei 35 Millionen Gold und der epische bei 45 Millionen. Ich habe meinen noch relativ günstig gekauft. Das hat jetzt in letzter Zeit eine ziemliche Entwicklung gegeben. Diese Mounts sind sehr, sehr selten. Und dementsprechend, wenn da nur noch ganz wenige im Umlauf sind, dann gehen die Preise extrem nach oben. Dann haben wir noch den Teufelsdrachen. Dann einmal den verderbten Hypogreifen. Das weiße Reitkamel. Das weiße Wollorhenozeros. Den wilden Raptor. Die X51-Nitterrakete, das ist die blaue. Und die X51-Extreme-Nitterrakete, das ist quasi die rote. Genau, das sind alle CCG-Mounts, die es gibt. Mittlerweile habe ich sie alle. Und ich glaube, wenn man den Wert der Mounts zusammenzählt, dann liegen wir bei irgendwas... Also, wenn man sie jetzt für Gold kaufen wollen würde, liegen wir bei irgendwas zwischen 200 bis 300 Millionen Gold. Natürlich habe ich mir viele davon zu Zeiten gekauft, wo sie kaum... Also, wo die nicht viel gekostet haben. Einfach muss so ein bisschen rechnen. Man hatte auch eine ziemliche Inflation in WoW. Zum Beispiel habe ich mit den epischen Spektaltiger damals für 600.000 Gold gekauft in WoD. Da war das Goldcap aber auch noch eine Million. Und ja, jetzt kostet er halt, wie gesagt, die 45 Millionen. Also, das ist natürlich dann eine ganz andere Hausnummer. Damals war das Gold aber auch ein bisschen was anderes wert. Das muss man sich vielleicht immer so ein bisschen im Hinterkopf bewahren. Gut, wir können jetzt einmal gucken. Und zwar habe ich ja eine Tabelle. Das können wir jetzt mal einmal aufrufen. Das wollte ich eigentlich als erstes gucken. Ich habe eine Tabelle, was mir fehlt. Noch von diesen TCG-Geschichten. Und ich habe hier quasi alles Mögliche drin. Von Mounts über Pets über Toys, die mir noch fehlen. Dann, was es an Euronen kosten würde. Wenn ich es mir kaufe, dann habe ich mir auch die Sachen, die ich mir schon gekauft habe, hier mal eingetragen. Ich weiß jetzt nicht, der ein oder andere, der vielleicht schon bei den anderen Folgen dabei war, der kennt das schon. Und wir waren das beim letzten Mal hier insgesamt. Also, würde ich, hätte ich alles für Echtgeld gekauft. Ich habe das meiste für Gold gekauft. Hätte ich über 10.000 Euro ausgegeben für den ganzen Stuff, den ich bis jetzt gekauft habe. Man kann es immer nicht so ganz umrechnen. Und wie gesagt, viele Sachen habe ich mir damals für weniger Gold geholt. Aber ich habe es jetzt mal so, einfach die Preise jetzt zum Beispiel vom Loot, von diesem Card Market genommen und so ein bisschen umgerechnet. Natürlich trifft es nie das, aber das ist so ein grober Anhaltswert. Die Preise schwanken ziemlich. Ihr seht gerade hier das El Polo Grande, das ist das Magic Rooster Egg. Im Moment liegt das bei 1.300 Euro. Ich habe es mir für 19 Millionen Gold gekauft. Da kann es der ein oder andere gerne rumrechnen, was sinniger gewesen wäre. Aber ich wollte es mir halt für Gold erfahren in dem Fall. Genau, deswegen werden wir jetzt hier, schauen wir bloß einmal rein. Da sind zwei drin. Es ist sogar eins für eins, zwei drin. Ich glaube, wir setzen mal den günstigeren Preis an. Der wird bloß eigentlich angezeigt, weil der nur eine Bewertung hat. Der Franzose hat nur eine Bewertung, der Italiener hat hier über 200. Die Seite kann ich übrigens empfehlen. Card Market, da habe ich mir auch schon Sachen gekauft. Ist zu empfehlen. Das läuft eigentlich relativ safe ab. Man kriegt sein Zeug. Oder ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Und das ist so eine Treuhandel-Geschichte. Also sprich, wenn ihr die Karten nicht kriegt, kriegt ihr, glaube ich, auch das Geld zurück. Also weil der Verkäufer kriegt von der Seite erst das Geld, wenn ihr die Ware bestätigt habt. Irgendwie so funktioniert das. Also bei mir hat bis jetzt alles funktioniert. Und ja, deswegen kann ich es nur empfehlen. Von der Seite nehme ich meistens auch die Preise, weil die relativ günstig sind auf Ebay. Kriegt man manchmal einen Schnapp, aber oft sind sie teurer tatsächlich. So, hier hatte ich damals noch einen Preis gesehen gehabt von knapp 900 Gold. Fürs El Polo Grande, also das Magic Rooster Egg. Mittlerweile sind die auch hochgegangen, wie ihr seht. Jetzt können wir die ganzen Dinger hier rausschmeißen. Okay, das hätte ich vielleicht ausschneiden sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon nicht mehr hier in... Ich kann nicht hier auf einmal löschen. Wahrscheinlich Zellen löschen. Ja. So, okay, das hat nicht funktioniert. Okay, ich dachte jetzt, dass ich es gerade zerstört habe. Gut, okay, jetzt haben wir das einmal rauss... Okay, warte mal, nein, das müssen wir rückgängig machen. Ich habe, glaube ich, meine Tabelle, glaube ich, zerschossen. Warum klappt das jetzt da alles nicht? Kann ich dann hier zurück... Ah ja, hier kann ich zurückgehen. Okay, dann machen wir das nicht. Keine Ahnung, ich kenne mich in der Tabelle nicht aus. Ist ja auch wurscht. Wir haben es jetzt auf jeden Fall rausgelöscht. Und dann wollte ich eigentlich hier noch die Mounts eintragen. El Polo Grande habe ich jetzt hier drin. Und ja, wir nehmen jetzt einfach die 1200 Euro, tragen wir hier ein bei den Mounts, die ich über Gold gekauft habe. Jetzt aber halt für den Eurobetrag, dass ich es halt in einem Ding habe, weil das lässt sich leichter umrechnen. Genau, dann sind wir jetzt bei insgesamt theoretisch 12.000 Euro, die die Sachen wert wären, wenn wir diese Werte ansetzen. Wie gesagt, das ist natürlich hier wahrscheinlich eine ziemliche Marktschwankung mit dabei, aber dass man so einen groben Anhaltspunkt hat. Viele Leute wollen halt wissen, was hast du da für das ganze Zeug insgesamt gezahlt? Ja, du kannst es halt nie genau beziffern, aber halt, dass man zumindest so einen groben Anhaltspunkt hat. Jetzt sehe ich gerade, dass das immer ein bisschen blöd ist, weil da genau das Ding drüber ist. Jetzt machen wir es am besten so, dann sieht man es ein bisschen besser. Und zwar, was habe ich denn ausgegeben? Für die Mounts haben wir bis jetzt an Euros gezahlt, 2226. Ich habe mir ein paar für Euros gekauft. Dann Pads, vor allem die Collectors Edition, die kriegst du ja in WoW nicht. Da habe ich mir auch ein paar Collectors Editions nachgeholt oder Blizzcon Pads, das waren 1470. Und dann für Toys habe ich bis jetzt knappe 600 ausgegeben. Also 4000 habe ich tatsächlich bis jetzt ausgegeben an tatsächlichen Euros für dieses Collectorzeug über das letzte Jahr, eineinhalb, zwei, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Zeitraum war. Und hier die über Gold gekauften, das war aber eine längere Geschichte. Wie gesagt, manche Sachen habe ich mir schon in Cutter gekauft, beziehungsweise WOD. Da war ich dann auch recht aktiv. Das wären jetzt insgesamt 7800 Euro, wenn man es denn umrechnen wollen würde. Und ja, 12K sind es mittlerweile schon, was das Zeug wert wäre. So, jetzt machen wir das wieder größer. Jetzt gucken wir uns noch an, was wir noch offen haben. Also Mounts haben wir jetzt gestrichen, bloß anscheinend verhaut es mir dann hier die ganzen Formeln. Deswegen wollen wir das jetzt nicht machen. Ich brauche jetzt quasi noch zwei Pads. Und zwar einmal das Blizzcon Pad und das Tyrael Pad. Das kann ich euch mal zeigen, wo wir da liegen. Und zwar bei den Pads, machen wir hier mal Huhn raus, haben wir hier dieses Murky Pad. Das ist von der Blizzcon 2005. Blöderweise ein bisschen arg teuer, da ich habe mal nachgeguckt, es gibt ein einziges auf Ebay für irgendwie über 5000 Euro. Und das bin ich halt dann doch nicht gewillt, für ein Pad auszugeben. Und dann habe ich hier noch das Yenafur Pad, aber das ist im Moment ein Rätselpad. Das wurde leider noch nicht gelöst. Genau. Und was dann sonst noch offen ist, sind ein paar Toys. Da sind manche relativ günstig mit 20, 30 Euro. Ein paar Kosten hat auch mehr. Gibt es auch diesen Portalstone, der kostet 250 Tacken. Also da sind wir bei ein bisschen mehr dabei für ein Toy. Und die würde ich dann noch brauchen. Aber zumindest Mounts haben wir weg und das ist mir tatsächlich auch das Wichtigste. Und ja, ich denke mal, das eine oder andere Toy kommt dann in den nächsten Folgen. Und die werde ich mir wahrscheinlich dann auf der Kartenmarket-Seite für Echtgeld kaufen. Weil das Ingame ein bisschen blöd ist, weil du kannst dann nur die Codes dir holen für die Toys. Die Mounts kannst du tatsächlich handeln. Die Toys, da ist der Gegenstand immer seelengebunden. Und dementsprechend kannst du halt nur einen Code bekommen. Und das ist gegen Gold immer so ein bisschen eine unsichere Angelegenheit tatsächlich. Gut, okay. So viel dazu. Dann sind wir eigentlich mit allem durch. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Wenn ihr euch um meine Goldgeschichten auch, wenn ihr auch daran interessiert seid. Ich habe da auch eine eigene Videoreihe, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. Da zeige ich immer, was ich so im 2-Wochen-Takt ist es im Moment so an Gold mache. Vor allem auch mit was ich Gold mache. Und ja, da kommt immer ganz gut was rein. Also heißt, die Mounts mögen sich ja auch, man muss ja auch quasi das Gold für die Mounts reinfarmen. Und dementsprechend zeige ich da so ein bisschen was. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Ja, wir sind am Ende angelangt. Mich würde es freuen, wenn ihr mir eure Gedanken in die Kommentare da lasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Teller. Bis dann. Ciao.